Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Deadly Rooms of Death Das letzte Mal haben wir angefangen Diesen Raum hier zu machen Und Wir haben erstmal ein bisschen weggemacht Und wir mehr mehr weniger und ja spawnen sollte und zwar spawnen sollte und das haben wir schon mal ganz okay hinbekommen und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist so nett. Das war's für heute. So, jetzt bin ich noch auf der Seite. Oh! Okay, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Ich würde gerne noch mal zurück. Das klingt nicht. Ich will... Theoretisch. Das hier ist der einzige Punkt, wo ich reinkomme. Das heißt, wenn ich das hier einfach bis da runter wachsen lasse, dann spawnen da viel weniger Tage. Babys, oder? Sollte das funktionieren. Aber dazu muss ich sie von hier unten einmal wieder entfernen. Okay, das klingt eigentlich nach neun ganz so fünf Jahre. Ist eigentlich das so, ne? So. 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 Warte ich. Warte ich nochmal. Ja, ich weiß, das funktioniert so nicht. Ich frage mich nicht. So. Ich frage mich nicht. So. 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 beginningsert. So wenig Züge wie nur möglich verschwinden, bitte. Nein. Das war noch mal. Nein. Ich meine, wenn ich hier... Hier. Die ganzen Hard Games. Das ist eine Möte. Ich habe nichts zu Hause. Ich meine, das kann ich jetzt zwar alles nicht mehr wegmachen. Ich muss es auch nicht wegmachen. Wenn alle drauf ist. Wenn alle drauf sind, dann ist es ein Schmarrer, «Fullt» aus, Wenn alle drauf sind. Ich habe nichts zu tun. Also ist es ein Schmarrer, so so jetzt haben wir noch etwas so jetzt muss der Uuuuuhhh Not a tall baby's turnt So ich Uuuuh Like Mal Klar, wenn ich weniger Tal habe, dann habe ich weniger Spawn. Aber wenn ich mehr Fläche habe, Talbabys zu spawn, dann habe ich mehr Fläche und Talbabys zu spawn. Das ist natürlich auch nicht so gut. Hier, das ist total falsch angegangen. So, okay. Äh, das sollte Syron nicht sein. Ja, wiederum den Level verlassen. Okay. Hier unten. Äh, okay. Okay, dann hätten wir die Ebene geschafft. Neues Level. Äh... Hoh, verdammt. Nein, das darf ich nicht. Nein, das darf ich nicht. Nein, das darf ich nicht. Ja, das darf ich nicht. So. Okay. Was machst du hier? Mach die beiden auf. Will ich das? Vielleicht. Äh, was machst du? Mach alles zu. Mach alles zu. Mach alles auf. Wenn ich den hier drück... Wenn ich den hier drück... Dann kann ich einfach da rein. Ich hab nichts verändert. Dann hier. Mhm. Das aufmachen. Das aufmachen. Ich will eigentlich nur die aufmachen. Oder nicht? Warte. Wenn ich jetzt einfach nur... Hier rein... Nein. Hier rein gehen. Hier aufmachen. Dann hab ich sie auch schon geschafft. Wow. Das ist interessant. Ich weiß zwar nicht, wofür die anderen Sachen da waren. Äh... Das sieht ein bisschen kompliziert was für die nächsten 2 Minuten. Ja, gut. Was machen die alle? Auf. Auf. Warte. Auf. Der macht nur auf. Der macht nur auf. Machen alle doch nur auf. Oder? Ja, okay. Dann geh ich jetzt einfach mal... Einmal da durch. Und mach das mal alles auf. Mach das mal alles auf. Ach so. Uh, uh. Okay, das war eine blöde Idee. Okay, das war eine blöde Idee. 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 Und wir... seule zu Ende ist es… Okay, ich hab ein bisschen drauf. Okay. Ich drücke auf, 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 auf. Ich schau mal, dass ich da noch nicht hinbekomme. Okay. Okay. Oh. Wow. Der Raum sah weniger kompliziert aus. Ich will jetzt noch einmal gucken. Zwei. 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 Oh. 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 Ich glaube eine Kacke. Ich habe mich jetzt auch gebraucht. Nein. 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 Nö. Nö. Oh. Nein. Nein. Da war's. Und dann hätten wir das geschafft. Ha. Perfekt. So. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal in diesem Raum wieder. Ciao. Oh. Oh. Oh.